ja leute ich will mich herzlich für die 308 abos bedanken aber ich will erst mal jo leute und willkommen zu diesem video sagen ja heute spielt der bo und ich würde sagen wir wählen jetzt mal ein student aus ja jetzt müssen wir hier in oge einen bus hinein gehen ich gehe mal in den der ist schon fast voll jetzt sind wir hier in der schule ich muss diese dinge hier öffnen münchen oder etwas zu finden wir essen mal die ganzen regale da drüben sind auch welche da war nichts drin ist hier noch ein schrank oder das geld drin ähm leute ich stecke irgendwie im schrank fest da muss ich verlassen neu so jetzt bin ich in der neuer unter drin hoffentlich packe ich jetzt nicht mehr in so einem schrank hat drin und hier ist was drin das ist das das käse hier ist geld das nix hier ist auch nichts drin jetzt habe ich vier dollar hier ist ein hammer das auch nichts drin ja auch nicht da auch nicht auch hier ist noch geld drin hier ist irgendwie im gym da kommen wir nicht rein braucht 20 dollar hier rein rein was nichts drin da kommt man nicht rein da kommt man auch nicht rein wo kommt man den rein hier also jetzt hole ich mir diesen hamster und ich habe gerade noch geld gefunden aber ich weiß nicht hier kommt man die in den klassenraum hinein also jetzt hole ich mir diesen hamster und füttern füttert man den kann man doch mit käse füttern füttern oh habe ich den oh nö jetzt habe ich ihn aufgegessen hallo komm raus ich glaube das hat hier nervt hier sehen wir die zwölfer und man kommt hier nicht raus so jetzt fängt die nacht an wie soll ich hier im nach sitzen nach sitzen nach sitzen nach sitzen das so ein buch da ist dieses maskatschino drauf was muss man denn jetzt hier machen ich glaube man muss die tür mit dem hammer aufmachen auf geht nicht auf so jetzt geht es in die nacht rein jetzt wird diese geschichte von wo erzählt für mich sieht das aus wie bonnie no does maskatsch love to lay okay okay it's time for students to head home so miss please students day after school this is when move becomes much cool so jetzt müssen wir glaube ich raus aus gut jetzt hier draußen müssen vom moment wo müssen wir das ist sehr lang wir brauchen drei schlüssel das sind drei schlüssel versteckt die müssen wir finden um entfliehen zu können das sind das auf dem boden zu lesen müssen ja ausweichen sonst stört man und los das war knapp ich habe fünf leben verloren ein schlüssel da ist nur drin ich weiß es das war's mit mir ich hoffe es hat euch gefallen wenn du das war's mit mir ich hoffe es hat euch gefallen wenn du wir lassen und ciao und ciao und ciao und